so freunde und hier bin ich wieder mit minecraft oh ja leute jetzt geht's jetzt geht's los und zwar mit der 1.9 jetzt starte ich auch mal damit weil der ist ja vorgestern rausgekommen und ja so und dann müssen wir können wir die nicht mehr spielen die wilden moment mal moment mal was eigentlich minecraft dreams aha ja 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 nenni denke ich jetzt nicht so okay die werden jetzt nicht gelöscht oder die wenn jetzt aufgeupdatet oder oder wie ist das jetzt moment weil ich mache mal eine weltballen ein backup nicht dass es dann weg ist so das sind wir jetzt wieder und jetzt starten wir mal ne so da blinkt das schön so jetzt habe ich mal ein backup gemacht und ich hoffe es wird sich gelöscht wenn es gelöscht wird dann dann ist das wirklich schlimm leider so aber das ist die da die welt der welt und da habe ich kurz eine test aufnahme gemacht so landschaft wird generiert aha ja 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 es hat sich alles gespeichert denke ich hat sich was gelöscht moment mal wo ist der eisen da ist der eisen gut so okay ist es jetzt die 1.9 man kann jetzt extra machen leute wie man das macht da habe ich mich nicht erkundigt weil da war ich jetzt so voll das will ich machen weil das würde mich interessieren und zwar wie mein boot macht da ja cool okay so ein ein boot ne das ist ganz cool da fahren wir jetzt mal ich brauche was zum essen wenn wir erst mal zum essen holen und dann dann können wir okay gut dass die map sich nicht gelöscht hat weil das wäre echt schlimm aber ich weiß nicht ob da sind eigentlich neue ärzte dazu gekommen ich habe da nichts gelesen leute aber aber ich hoffe mal nicht so wenn ja dann dann machen wir halt die ärzte nicht außerdem sind wir ihnen noch nicht so weit herumgelaufen so ich hole mir gleich die kuh na komm kuh na komm na komm ach so genau man kann jetzt äh wie war das noch mal mit schlagen irgendwie so mit schlagen ich weiß nicht mehr was ich gehe damit weg oh gott wow was war das gerade oh mein gott habt ihr den e-bot gesehen der hat ein e-bot leiter der hat ein e-bot ha der ist auch ein bot aha nope aha 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 achem so ok ok wow live mit 9 ist ich glaub diese bewegen sich auch ein bisschen anders kann das sein nö kann nicht sein auf jeden fall hatte es gleichzeitig irgendwie keine ahnung hat sich irgendwie ein bisschen komisch bewegt muss ich sagen das ist voll cool irgendwie wie es ein bogen raus gezückt hat und dann Psalm Nein jetzt nicht ja ich will jetzt schlafen gehen der schlaf mir ist jetzt auch anders Da ist die Kamera weiter oben. Das ist krass. So. Wir machen uns mal was zum Essen. So. Und du verbrennst schön. So, okay. Und dann fahren wir mal ein bisschen mit dem Boot herum. Ist auch ganz schön schön. Ganz schön schön. Oh ja. Ganz schön schön. So. Essen. Essen. Ganz schön viel Essen. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Die Tür hält sich extrem cool an, muss ich sagen. Also. 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 Das ist wirklich gut. So. Jetzt fahren wir ein bisschen mit dem Boot. Ich brauche noch was zum Essen, damit wir Leben regenerieren. Weil ich glaube, der 1.9 ist ein bisschen schlimmer. Jaja, ganz genau. Weil, 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 weil da habe ich irgendwas gehört. Weil, weil. Ich glaube, man kann jetzt nur, wenn man nur, äh, bis zu, wenn nur eine Keule leer ist, dann regeneriert man irgendwie. Also, es muss fast alles voll sein. Moment mal. Ich muss. Ich werde nichts zum Essen. Aber ich habe ja schließlich noch, genau, Weizen. Da kann ich mir Brot machen. Wenigstens darfst du da, Leute. So. Und dann tun wir ein bisschen mit dem Boot herum. Hä? Was, was machst du da? Was, sag mal. Ja, genau. Geh ein bisschen in die Welt herum, ja? Ich war nicht. Die ist gefährlich. Da gibt es Zombies. Du hast wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich eh ein bisschen verweinschaft mit den Zombies, ne? Weil du ein Zombies-Schweib bist, ne? Sei vorsichtig, ja? Sei vorsichtig. Okay, gut. Da werden wir das auch geklärt haben. So, ich sollte ja nicht zu viel rennen. Weil. Ja, wegen meiner Hungerleiste. So. Ich habe echt ein, ein, ein Essen-Mangel, muss ich sagen. Also, mit der Erze läuft das echt gut, aber. Ja. So, okay. So, dann gehen wir jetzt mal herum. Und tun ein bisschen Brot vor, ne? Vielleicht gibt es ja schon Haie, ne? Das wäre, das wäre krass. Aber nie. Wahrscheinlich nicht. So. Und meine Nase juckt extrem. Okay, da ist mein Knochen. Das nehmen wir schon mit. Und da. Also, es ist ein Häschen. Okay. So. Ja, und jetzt. Ähm. Genau, jetzt geht das halt so. Wollen wir mal. Wie geht das? So, ja. Ja. Wow, das ist extrem. Jetzt mal mit W. Also, mit A und D steuern. Irgendwie. Ja, genau. Ja. Ich bin der richtige Bootfahrer, Leute. Kommt sich das an. Okay, nein, doch nicht. Wow, wow, wow. Ja, das ist. Ist. Ist eigentlich ganz leicht, muss ich sagen. Ist voll cool. So. Da, 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 da. Wie sieht das eigentlich aus in F5? So, mal gucken. Ja, es sieht. Man lenkt extrem stark. Das ist ganz schön gut. Muss ich sagen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So. Ich will schnell zurückreisen. Ne, ne, ne. Kann eigentlich das Boot noch kaputt gehen, wenn ich jetzt da ramme? Ne. Das geht jetzt nicht mehr kaputt, oder? Ne, ich glaube nicht mehr. Zum Glück, weil das war irgendwie nervig, muss ich sagen. Ganz ehrlich. So, gut. Da leiste ich das Boot. Ähm, ja. So, okay. Dann, dann würde ich mir sagen, Leute. Wir gehen jetzt wieder in den Neto, oder wir machen jetzt mal eine Axt, glaube ich. Äh, eine Axt, Leute. Wie machen wir die? Ich, ich glaube, ich weiß wie. Tun wir ein bisschen herum experimentieren. Ich weiß noch gar nichts, Leute. Weil, wie gesagt, ich habe nicht herumgekommen, nur das Boot. Das, das war ja schon klar, wie das zum Baul ist. Weil, hat sich ja nicht groß verändert. Ähm. Eine Axt. Ich nehme mal an zwei Sticks. Und ich mache mal eine Steinachs. Geht das, eine Steinachs? Machen wir mal... So. Wisst ihr, was wir machen können? Wisst ihr, was Axt, weiß ich jetzt nicht, aber... Ein Schild könnten wir machen. Ähm. Wie ging das noch mal? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, wie das ging. Dann nehme ich mir Eisen mal. Eisen. So. Okay. Ich glaube, da muss man so einen Block hinsetzen. Und dann da, 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 da. Oder da. Oder, 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 oder war das so? Oder was muss man da noch mal hinsetzen? Hm. Moment mal. Äh. Wie war das noch mal? Ich glaube, muss man einen Knopf craften? Nee. Ich gucke jetzt mal nach. So. Jetzt gucken wir mal nach. Ich muss jetzt nachgucken. So. Okay. Jetzt mal kurz nachgeguckt. Und man kann nur, äh, man muss da ein Eisen hingeben und dann, und dann, zack. Genau. Und dann kommt das Schild raus. Geht das auch mit? Nein. Das geht nicht. So, wir haben jetzt ein Schild, Leute. Zack. Muss ich das da ausrüsten? Ja, wahrscheinlich. So. Jetzt habe ich ein Schild. Und ein Schwert. Jetzt bin ich halt wie Link, ne? Das ist ja richtig krass, Leute. So. Und die kann ich nochmal blocken? So, blocken. Ja. Und dann geht's. Zack, zack, zack. Und dann zack. Oh, jetzt ist es geil. Sonst war die Tür. Okay. So, jetzt bin ich vorbereitet, Leute. Jetzt bin ich vorbereitet. Jetzt bin ich vorbereitet. Naja, irgendwie nicht. Okay. Aber ich gebe das Schild weg wieder, weil... Das nimmt mir ein bisschen viel die Sicht weg. So. So viel besser. Okay. Wenn es bremslich wird, dann rüste ich es aus. Dann rüste ich es aus. Wahrscheinlich nicht, weil es lauter Panik ist bei mir. Aber, naja, okay. Ähm... Was war das krass? Ich habe das mir wahrscheinlich eingebildet. Geben wir in den NETA, würde ich sagen. Oder... Äh... Ja, weil ich will noch ein bisschen Quarz farmen. Für... 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 Na, für... 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 Den... Verzauberungs... Haus. Weil da will ich... Warte, da... Da ist mir kurz nicht wieder was eingefallen, was ich machen wollte, aber... Ich habe es wieder vergessen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ah, naja. So. okay dann gehen wir jetzt mal warte mal warte mal moment bevor wir in die mini gehen in den äther da gehen wir noch erster ein bisschen zuckerrohr farmen ich könnte jetzt eigentlich komm herr brot wenn wir dich schon haben dann benutzen wir dich auch ja so ok da ist schon der zuckerrohr den holen ja gleich so ein texture pack das hol ich mir dann später weil es ist noch frisch draußen da muss man ja noch ein bisschen geduldig sein bis die coolen texture 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 draußen sind oder ressourcen packs ist ja dasselbe ist noch gar nicht mal gewachsen was soll das was soll das so ok genau so ich habe noch ganz viel zuckerrohr habe ich keine bügel viel gecraftet nie anscheinend nicht troxen so das lasse ich jetzt so ok so viel verbrauchen will ich auch nicht ähm ja gut dann war's das dann gehen wir wieder zurück ich wollte nur gucken ob da schon was gewachsen ist so ok so und ich habe schon wieder hunger mein gott was ist das bin ein bisschen aufs gerand so ok moment ja ja okay ich gehe wieder schnell ins bett damit es wieder tag wird und da gewinnen den nähtag kurz weil ich sehe gerade der fahrt ist auch bald zu ende so schön schlafen ok gut so weil wir den nähtag ich habe wenig hunger ich habe noch ein brot so ok moment mal ich würde mir sagen aber ich brauche ganz viel jeder gefällt mir gerade auf ich brauche an der kuhfarm aber da habe ich leder okay gut moment mal moment moment jetzt jetzt gar kein stress leute ja jetzt karte aber mir kommt eh ganz viel papier raus wenn ich gerade okay dann ist es eh nicht so schlimm so acht bücher oder sieben so ok du musst dich einweisen da und da so und dann bekommt man nur zwei raus wow toll ok bücherregale sind echt echt nicht einfach ganz schön fahren so ok gut dann mache ich mal ein bisschen das muss ja so so sein oder ja genau ok gut da kommt was raus jetzt können wir schon eigentlich mehr verzaubern ok aber das lassen jetzt so wir holen uns erst noch ein paar bücherregale und dann und dann sind wir ganz schön schlau und und dann verzaubern wir unsere ganzen rüstungsteile und und lernen auch die neuen verzauberungs sachen kennen vielleicht oder vielleicht auch mein kopf ist das viel geräusch ist das normal so ok leise sein leute leise sein ich bin nur ich bin nur hier um quarts zu farmen ja so ist wirklich jetzt gerade ein bisschen wie so das ist irgendwas besonderes ein sekret also das ausrüsten also guckt sich das an ist es nun mal so ok alles unter kontrolle so ich hoffe jetzt kein gast nie wir sind bei kleinen gangen das ist gut so also ich habe mich einfach erschreckt keine ahnung von was so ok ok ja die 1.9 ist draußen leute und es wurde auch ganz viel bei entgeändert habe ich auch gehört und externe externe machen wir auch so so geht es irgendwas bei netter neues ich glaube nicht ich hoffe auch nicht also zumindestens nichts negativ ist für mich wenn das wenn ein gegner kommt der mich angreift dann ist das ganz schön schlimm so ok da ist fast das brauchen wir ganz viel meine nase juckt extrem oh mein gott nasen auf damit so ok ja ok gut so ja prima so gibt es noch irgendwo quarts das brauchen wir halt für den buch und wir müssen den buch ganz schön cool gestalten und es gibt es eigentlich wie sonst gibt es eigentlich so wir sind eigentlich so löcher gegraben gibt es da irgendetwas cooles noch ich glaube nicht nee ja dann lassen wir das leider so ok so gibt es da irgendwas oh mein gott da gehe ich jetzt nicht drunter auch wenn der quarts gibt es oder habe ich sogar quarts übrig gelassen so und wir gehen jetzt mal das ist gefährlich das ist gefährlich sein ok ganz vorsichtig so zack zack und die lab ist weg gut da hinten ist quarts ok aber da gibt es auch quarts so ganz viel quarts für mein bohu wir machen glaube ich doch so ein ja keine ahnung wir werden schon irgendwas einfallen bis dahin und ich mache mir nur so ein bohu der ah nee ich habe mir auch gedacht genau jetzt weiß ich was ich mir was mir vorhin eingefallen ist und zwar dass wir halt so eine kleine hütte machen und da oben ist ein bohu oder keine ahnung irgendwas mit einem bohu will ich machen ja irgendwas mit einem bohu oder ein bohu wo man reingehen kann irgendwas etwas so etwas so ok damit das ball jetzt geklärt ist und gibt es noch irgendwo quarts ich glaube da bin ich jetzt schon in allen ecken herumgegangen ja ich glaube da bin ich jetzt überall schon gewesen auch da ja auch da ok aber da nicht glaube ich da war ich noch nicht das sieht schon nicht so vertraut aus oh quarts so ok so gut so leute damit haben wir ah da ist noch mehr quarts auf der seite so da ganz viel quarts ganz viel quarts da gehe ich mal ein bisschen hoch so ja 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 noch weiter hoch also ich erreiche das gar nicht mal so gut so dann haben wir extrem viel quarts und ihr wisst was das heißt oh das ist noch mehr quarts so viel quarts das ist gut so mehr quarts so da so da so da so ok so so ja ok äh habe ich jetzt alles ich glaube ich habe alles ok gut da würde ich mich wieder zurückbegehen und dann werde ich auch gleich den part beenden wenn ich zurück bin so dann gehen wir jetzt zurück und und sind wir jetzt da ok mhm so ok leute damit würde ich sagen hiermit beende ich diesen part und sage tschau und bis zum nächsten mal bei minecraft 1.9 weil die sitzt da ne und da werden wir ganz schön viele andere bauwerke bauen und neues entdecken bei der 1.9 tschau leute bis dann weit